Willkommen auf dem YouTube-Kanal Supermarkt Prospekte und Angebote Deutschland. Willkommen liebe Zuschauer. Vom 12. bis 18. September bietet Kaufland wieder unschlagbare Angebote in verschiedenen Kategorien. Ob frisches Obst und Gemüse, Fleisch- und Fischprodukte oder Haushaltswaren, diese Woche warten tolle Rabatte auf Sie. Nutzen Sie die Gelegenheit, um Ihre Lieblingsprodukte zu besonders günstigen Preisen zu erwerben. Zudem erwarten Sie spezielle Sparaktionen, die Ihr Einkaufserlebnis noch lohnenswerter machen. Schauen Sie vorbei und entdecken Sie die besten Schnäppchen der Woche. Liebe Zuschauer, mit unserer Hingabe und Freude am Erstellungsprozess arbeiten wir daran, Ihnen die besten Videos zu bieten. Es gibt viele Möglichkeiten, unseren Kanal zu unterstützen und jede Unterstützung von Ihnen ist für uns sehr wichtig. Abonnieren Sie, um sofort über neue Videos informiert zu werden. Helfen Sie uns, mehr Menschen zu erreichen, indem Sie unsere Videos teilen. Außerdem können Sie uns direkt mit dem Super-Danke-Button unterstützen. Jede Unterstützung ermöglicht es uns, unseren Kanal weiterzuentwickeln und qualitativ hochwertige Inhalte zu erstellen. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Am 13. und 14. September gibt es bei Kaufland die großen Sparwochenende-Angebote. Verpassen Sie nicht die einmaligen Rabatte auf ausgewählte Produkte, die nur an diesen Tagen gültig sind. Sparen Sie groß und starten Sie Ihr Wochenende mit tollen Schnäppchen. Diese Woche bietet Kaufland eine große Auswahl an frischem Obst und Gemüse sowie dekorativen Topfpflanzen zu reduzierten Preisen. Knackige Äpfel, frische Tomaten und saftige Beeren sorgen für gesunde und schmackhafte Mahlzeiten. Und mit unseren Topfpflanzen bringen Sie Frische und Farbe in Ihr Zuhause, greifen Sie zu und verschönern Sie Ihre Küche und Ihr Heim. Fleisch- und Fischliebhaber kommen diese Woche bei Kaufland voll auf Ihre Kosten. Entdecken Sie zarte Rindersteaks, frisches Hähnchenbrustfilet und eine Vielzahl an Fischprodukten zu besonders günstigen Preisen. Unsere hochwertigen Fleisch- und Fischprodukte sind frisch und von bester Qualität. Nutzen Sie diese tollen Angebote und genießen Sie beste Qualität zum kleinen Preis. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Diese Woche bietet Kaufland eine breite Palette an reduzierten Produkten in verschiedenen Kategorien. Egal ob Lebensmittel, Getränke oder Haushaltswaren. Bei uns finden Sie alles, was Sie brauchen und das zu besonders günstigen Preisen. Nutzen Sie die Chance, hochwertige Produkte zu unschlagbaren Konditionen zu ergattern und machen Sie das Beste aus Ihrem Einkauf bei Kaufland. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Liebe Zuschauer, mit unserer Hingabe und Freude am Erstellungsprozess arbeiten wir daran, Ihnen die besten Videos zu bieten. Es gibt viele Möglichkeiten, unseren Kanal zu unterstützen und jede Unterstützung von Ihnen ist für uns sehr wichtig. Abonnieren Sie, um sofort über neue Videos informiert zu werden. Helfen Sie uns, mehr Menschen zu erreichen, indem Sie unsere Videos teilen. Außerdem können Sie uns direkt mit dem Super-Danke-Button unterstützen. Jede Unterstützung ermöglicht es uns, unseren Kanal weiterzuentwickeln und qualitativ hochwertige Inhalte zu erstellen. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Wir versuchen, unseren Kanal und unsere Inhalte für Sie zu verbessern und besser zu machen. Dafür brauchen wir dringend Eure Meinung und Eure Unterstützung. Sie können uns Ihre Meinung mitteilen, indem Sie uns im Kommentarbereich erreichen und uns unterstützen, indem Sie sich anmelden und Benachrichtigungen aktivieren. Vielen Dank für's Zuschauen. Vielen Dank für's Zuschauen. Vielen Dank für's Zuschauen. Ab dem 16. September starten bei Kaufland die Wochenstartangebote mit speziellen Familienrabatten. Entdecken Sie eine Vielzahl an Produkten, die in großen Verpackungen erhältlich und ideal für den Familienvorrat geeignet sind. Nutzen Sie die Gelegenheit, um Ihre Vorräte aufzufüllen und dabei ordentlich zu sparen. Die besten Angebote warten auf Sie. Um über die neuesten Angebote und Katalograbatte informiert zu bleiben, können Sie unseren Kanal abonnieren und Benachrichtigungen aktivieren. Sie können uns unterstützen, indem Sie die Videos, die Ihnen gefallen, mögen und teilen. Außerdem sind Ihre Kommentare und Feedbacks für uns äußerst wichtig. Indem Sie Ihre Ideen und Meinungen mit uns teilen, können Sie uns dabei helfen, bessere Inhalte für Sie zu produzieren. Vielen Dank für Ihre kontinuierliche Unterstützung.